Moin moin und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von LS19 hier auf der Ravenport. Wir haben in der letzten Folge hier die zwei Felder verbunden und schon mal angefangen, das Feld hier anzusehen, also die beiden Felder. So, machen wir jetzt noch weiter. Wir machen jetzt einmal das Vorbewende. So, machen wir jetzt noch weiter. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das ist sehr viel angegossen. Wir machen glaube ich drei Runden vorgegangen. Jetzt sind wir glaube ich ganz gut mit dabei. Also es ist jetzt die zweite Runde. Also es ist schön, dass wir jetzt auch eine Direktsortmaschine haben. Und wir können vor allem schneller fahren. Das heißt wir müssten auch schneller fertig werden. Das heißt wir müssen jetzt die Runde aufbauen. Das heißt wir müssen die Runde aufbauen. Eine Runde noch. Du bräuchst hier fast nur eine zweite Seeloschiene. So könnten wir uns eine leisten. So wärs nicht. So könnten wir uns ein wenig. 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 Wirklich nächste Woche werde ich wahrscheinlich Ende der Woche, vielleicht auch erst übernächste Woche, werden Minecraft Let's Plays kommen. Von einem Callplay-Server. Davon habe ich euch ja in der letzten Folge Ravenport schon erzählt. Von Vincent und Farsetech und Julian. Die haben den zusammengebaut. Ich habe auch ein bisschen mitgebaut. Da werden jetzt wahrscheinlich übernächste Woche etwa Plays von kommen. Eigentlich war der Plan, dass diese Woche der Server schon online geht. Aber da gab es jetzt gestern, also gestern war der erste Tag, wo wir da einmal drauf gespielt haben. Haben sich noch, oder hat sich noch gezeigt, dass wir noch einige Fehler haben. die wir noch beheben müssen. Und das wird jetzt so bis vermutlich nächste Woche Freitag schön. Das heißt, der Server wird nun mal für euch offline genommen. Wir nehmen noch ein paar Änderungen vor und dann wird ab nächster Woche vermutlich Freitag der Server für alle offen sein. Und dann zum nächsten habe ich vielleicht noch die Idee gehabt, ein Alice 19 Forstprojekt zu machen. Mit Forsterntern. Ich hätte schon eine Karte, auf die man vielleicht gehen könnte. Und dann bin ich noch am Überleben. Also nagelt euch dann nicht drauf fest. Jetzt hab ich noch ein Karteikai. Das ist jetzt ein Karteikai. Also wenn Forstprojekte kommen sollten, bin ich vielleicht auch noch am überlegen, die vielleicht im Zeitraffer zu machen. Soll das auf das Handraffer kommen. Sohn. Ich werde versuchen jetzt meinen Helfer, ob der die ganze Bahn runterfährt. Ja, ok das erkennt er also. Ja, ok. 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 Zwei Zehn Hmm Ich mache diese Femmonde, das ist ja ruhig Was ist überhaupt das? Ähm, besuchen. Ach, das ist die Ferdereitung glaube ich. Aber sonst ist es doch egal. Wir werden jetzt die Ferdere prophetic, um zu lernen. Ist zwar kein Ferdere, aber auch? Ja? Echt? Ist das alles? Ja, das ist es. Vielen Dank. Gucken wir uns nun mal die Reitanlage an. Hier ein Holzblock. Und hier ist dann der Reitfert. So, der hier ist auch bereitfertig. Trotzdem machen wir hier in der nächsten Folge weiter. So, das heißt, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben her. Und wer noch nicht abonniert hat, kann auch gerne kostenlos abonnieren. Wir würden uns immer sehr darüber freuen. Also, man sieht sich dann beim nächsten Mal. Bis dann. Und tschüss. Bis dann. 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 Bis dann.